hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen analyse zum aktuellen oder beziehungsweise ab morgen aktuellen banner anniversary banner genau der morgen wie gesagt rauskommen wird ich hoffe ihr seid alle gut gehypt ich bin es auf jeden fall und passend dazu wird es wie gesagt statt eine kleine analyse geben zu der value des banners lohnt es sich da rein zu gehen oder eher nicht jetzt werde ich kurz auf die character eingehen auf die ersten auf jeden fall also auf die anniversary character sowohl von diesem jahr als auch vom letzten jahr werde ich nicht groß eingehen muss ich sagen einfach weil jeder kennt die skillsets also sollte sie zumindest deswegen wenn ihr dann die analyse braucht dann schaut gerne noch mal woanders aber auf die auf den filler holt also auf die restlichen möchte ich gerne eingehen einfach da ja nicht nur die value des banners durch diese vier character definiert wird sondern auch durch den rest wenn wir die alle komplett shit sind dann würde das den wert des banners schon mal ein wenig schmälern aber gut erstmal kurze informationen ich werde jetzt auf dem kanal vermutlich eher deutsche videos bringen einfach da ich mir dachte es ist spannend zumindest solche analyse videos auf deutsch eben hochzuladen bzw zu verfassen da es im englischsprachigen raum etliche kanäle gibt die eben genau diesen content bringen aber im deutschen über bbs wirklich nicht viele also kannst du an einer hand abzählen vielleicht sogar nur an zwei fingern oder so also es gibt wirklich nicht viele genau da dachte ich mir da möchte ich in die community gerne rein das ist eigentlich ganz cool ich glaube ich schon zu connecten deswegen würde ich sagen wir fangen gleich mal an dieser ich go wir haben mir das gilt so genau wegen wir können eigentlich mal kurz reinschauen wir sehen eine meintunit sorry paranka killer mit dem soul trade mit dem soul trade strong attack recharge 3-14 cent jetzt noch interessante skills nämlich immobilizer plus innovator every five seconds das bedeutet dass sowohl dass die move jedenfalls wie kindling als auch parallel also die beiden status effekte alle fünf sekunden auf alle gegner auf dem feld angewendet werden können mit einer wahrscheinlichkeit von zwölf prozent egal ob ihr in der range seid oder nicht das ist sehr sehr cool vor allem für den skill der später kommt genau dann haben wir noch havoc als nade skill das heißt er hat einfach mehr range auf den strong attack strong attacks genau die attainable skills die er noch bekommen wird wenn man ihn hochstuft user 20 prozent also mehr normal attack bursalker 40 prozent gesamte damage 40 prozent eben nach oben bombardment das bedeutet dass die soulbomb bzw die hits der soulbomb gedubbelt werden also er macht einfach doppelten der mit schoss krass ist dann hat er noch frenzy plus 1 die bildet hat 5 seconds das bedeutet dass die status element und die schaue effekte fünf sekunden länger als normal am gegner haften oder wirken wenn sie plus 1 natürlich einfach dass die strong attack hits gedabbelt werden heißt einfach doppelter damage sharpshooter ist sehr gut weil das ist das ignoriert die resistance gegen range attacks von enemies heißt er ist für gilt christ unglaublich gut hittenden enemies 100 prozent chance das ist auch stabiler skill macht park ist einfacher und erträglicher dann schert complete status immunity das ist auch sehr interessant denn das bedeutet sobald er beispielsweise gilt christ auf ein feld trifft er tritt was er was er resten was ein status effekt beim auslösen beispiel gift er ist natürlich ignoriert von ihm aber nicht mehr wird ignoriert sondern auch auf gegner übertragen dass diese für zehn sieke auf 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 mitspieler übertragen dass diese für zehn sekunden auch immun sind gegen diesen skill was gilt christ also was ein extrem krass für gilt das macht genau dann der absolute crazy skill status elements bild spiritual pressure boost 80 prozent das heißt sobald er einen status effekt auslöst macht er einfach 80 prozent mit der mit schluss das ist cool nimmt man mit dann zu ihm so uri oder andere neue investor der bei ihm so aus dass er einen ganz neuen skill hat nämlich diese erst mal der killer wir müssen ja schon eine reine folge nach sein also er ist human quincy das möchte ich übrigens kurz sagen ich finde es sehr schade dass dieser ich go ken kunzi ist weil das design hätte es hergegeben aber na gut egal jedenfalls hier im uri o human quincy und killer aranka und affiliation was sehr gut ist aber die skills noch viel 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 besser genau da haben wir es eher grosch effekt also gosh das ist so eine so eine die gorgeous unterbar und das leiste genau die ihm angezeigt wird und die fühlt sich immer mehr je mehr damage er macht egal womit und wenn ihr gefüllt hat er 100 prozent verser 50 prozent damage reduction und wo ist es 30 prozent stoppage recharge plus das ist minus das ist so fucking broken wir müssen mal schauen wie schnell sich diese leiste tatsächlich in der praxis füllt aber an sich ist das wirklich sehr krass also das ist ja krass aber dann noch die normalen skills er hat sprinter plus zwei long stride heißt er fliegt über die map das ist super cool bruiser plus 20 prozent berserker 20 prozent devastation 40 prozent ja also alles bisschen geboostet so ein text geboostet normal attack und ja noch die range 20 prozent und die die soulbomb die sehr geil ist weil die ist ein debuff also die ist absolut crazy dann debilitator 5 seconds heißt die elements hat übrigens die besten im spiel die besten schadlos effekte nämlich reckoning und rain heißt er geht niemals down wirklich niemals dann frenzy plus zwei dadurch werden die auch noch viel öfter ausgelöst und da noch mal durch den skill genau increased status and my chance against power attribute enemies zehn prozent ja also der wird die ganze zeit die schadlos effekte hätten und ich sag's wie es ist der wird nie runter gehen also der wenn man wenn man ihn down bekommt dann weiß ich auch nicht dann ist irgendwas falsch weiterhin gibt er seinen team klein bewusst um 20 prozent beziehungsweise den speed attribute charakter ja also urio in der kurzfassung ist ultra broken ich hoffe ihr kriegt ihn saugeil ultra gut für guild quest würde ich behaupten je nachdem wie schnell sich diese grange war füllt mal schauen also die beiden must haves ultra geile character wahrscheinlich die besten im game eisen auf dem ich jetzt nicht groß eingehen ich denke kennt ihr alle frenzy plus zwei beste status elements beste zweite strong attack genau wie der neue ich übrigens ultra geiles kit ultra geile skills also perfekter char top ich mehr sage ich dazu auch nicht also wenn ihr ihn bekommt dann herzlichen glückwunsch ich habe ihn 5 oder 5 deswegen brauche ich nicht also nur für das rerollen vom letzten effekt bräuchte ich den aber ansonsten wenn ich nicht kriege bin ich auch ja nicht traurig alles gut also wir haben hier die wirklich die besten drei charts im game aktuell das ist absolut geisteskrank dann haben wir noch artuk ichigo welcher auch super super gut ist ich würde nicht sagen top 4 aber einer der besten charakter auch im game also richtig richtig gut auf ihn würde ich jetzt auch nicht groß eingehen er fliegt auch über die map genau wie urio er hat sprinter plus 2 und long stride bei dem flurry plus 1 hatte noch genau bombardment hat er auch also sehr geil die ulti wird gedoppelt er ist einfach eine broken unit will man haben ultra ultra geil wenn ihr sie habt herzlichen glückwunsch wenn ich dann viel glück dass ihr sie morgen bekommt aber jetzt gehen wir auf den pillar puller wie ja für manche wahrscheinlich der uninteressante part aber davon unterschätzen weil es gibt ihr nicht nur diese vier charts hier drin sondern es gibt zwölf und deswegen kann es auch sein ein ganz großes pech hat was natürlich nicht hoffen und kein von er zieht das wieder hoffen wir nicht ich bete dafür dass jeder von euch am besten alle bekommt der super aber angenommen wir kriegen nur die anderen ist dann total erschärft oder kann man sagen ja okay natürlich im vergleich also ich kann nicht gleich sagen sind alle im vergleich zu denen hier oben 24 shit alles ist ja kein wunder weil das sind die besten chance im spiel somit daher schauen wir mal ob sie valuable sind oder eher nicht beginnend mit rose wo ist es denn da so der rose der arena rose der ist ein normal attack damage character affiliation sorry pond hollow und hat den sorry war killer dem besten im spiel übrigens genau das hat ich jetzt ganz vergessen sagen die beiden hier haben also eisen und artbrück ichigo beide sorry paar killer aber noch zusätzlich nur affiliation und eisen captain killer also auch super super gut aber kein wunder ist da denke ich dann zum skillset von rose er hat böse koppels 30 prozent bruiser 20 prozent wird angehoben und 20 prozent debilitator die die statuseffekte dauern fünf sekunden oder halten fünf sekunden länger auf gegnern devastation die ulti wird ein bisschen geboostet also um 20 prozent wahrscheinlich lari das heißt einfach dass die normen attack der mit schitz gedabbelt werden heißt ein hit wird zu zwei oder zwei werden zu vier was heißt hat 100 prozent bei formen text also sauguter skill aber muss auch bei heutzutage bei jedem drauf sein heutz erschreckt nicht zurück wenn er angegriffen wird also er wird gehittet und kann trotzdem angreifen hat kein hits dann oder sowas das ist auch super wichtig für gilt kürz beispielsweise sprinter der ist ein bisschen mobiler und wie die fans er kann halt die fans von ein paar gegnern denken wodurch er deutlich mehr damage macht vor allem auch bei guild quest ein sehr wichtiger gilt zweiter hat er gar break slow duration minus 100 prozent und der mit super leist enemies was sehr cool ist weil ja in seinen attributen fliegt wird also das nächste attribut sein status effekt dann haut er noch mal deutlich mehr rein was ich der cool ist auf die arena skills werde ich nicht groß eingehen einfach weil mich das nicht so groß interessiert ehrlich gesagt dann abirama der gute bürtt man er ist ein ultra brutales gestern gilt quest monster in meinen augen denn wir schauen zwar die skills an erster besorger 50 prozent sehr sehr cool user 60 prozent also normal attack damage gut in kriest nur repos 1 natürlich sein ist auch eine däume tech unit ist übrigens nach ranker unten spada killer also erst nach ranker und gilt es war das so gut sein killer effekt ist um 50 prozent geboostet in guild quest und range tech um 30 im glück ist also der ist wirklich absolute gilt christmaschine falls ihr bei der spada range gilt christ probleme habt dann hoffe ich für euch ich habe ihn nicht aber ich hätte ihn auch sehr gerne direkt also er klingt rein vom skillset absolut abgefuckt also richtig richtig gut und da hat er natürlich noch wie die duration minus 100 prozent und sprinter plus 1 weil ja in der hart ranker hat es parter gilt quest soweit ich weiß wie kind vorherrscht als status effekt gut gehen wir weiter zum momo die ist ein zoll reaper hat attribut und ein ranker keller ja sie hat fsd also früß damit was mit der beste skill im spiel ist da auch dadurch alle attacken wenn sie volles leben hat einfach 20 prozent mehr der mensch machen die bildet er zwei seconds devastation frenzy havoc havoc erhöht die range ist auch ein ultra geiler skill also erhöht die range von einem strong attacks radio so das ist super super cool mein droplet das ist sehr wichtig denn droplet solltet ihr farmen oder also falls ihr nicht habt falls ihr mal probleme bei droplet dann braucht ihr genauso ein charakter wie sie denn sie ermöglicht es euch dass ihr in der aktuell übrigens geboosteten droplet zone die ihr unbedingt spielen solltet wenn ihr jetzt nicht unbedingt gestern angefangen habt und lieber orbs für morgen fahren das ist natürlich ein anderes ding aber da sollte ich alles unbedingt spielen mal glaube ich morgen der die raid getrüppelt wird also dass man droplet kriegt er kriegt und das lohnt sich auf jeden fall in meinen augen des weiteren haben wir multibarier als skill was bedeutet sie hat am anfang einer runde zwei hits sozusagen free kann die einstecken das ist auch ein echt cooler skill dann poise ich stecke mich zurück also ich schreck mich zurück hatte ich ja schon erklärt des weiteren 100 prozent chance to hit dodging das ist auch so ein skill das character deutschen können mit einer gewissen wahrscheinlichkeit und den umgeht sie dann halt einfach gar break und medik hat sie auch noch also ja momo würde ich sagen ist ein echt stabiler char vor allem wegen droplet relativ rote value sollte man auch nicht enttäuscht sein wenn man sie kriegt ich habe sie auch nicht so da haben wir noch end of the month luna matsu moto kam im januar raus am 31 genau also halt ende januar und wie habe ich auch noch nie gespielt weil sie einfach nicht benutzen sie hat bürger der menschen fliegt jetzt schon die prozent was sehr sehr cool ist wie gesagt mit der beste skill im spiel der station die bildet hat frenzy gar break havoc bis 20 prozent mehr range immer cool jetzt noch ein sehr cooler skill hat der neue uriu auch aber noch ein bisschen krasser nämlich das gegen technik aranka die wahrscheinlichkeit höher ist dass der status effekt ausgelöst wird was wirklich sehr sehr cool ist darf man nicht unterschätzen hätte das zum beispiel der gute anniversary eisen hier gehabt auch noch also dass er noch eine höhere wahrscheinlichkeit hat das attribut zu inflikten das wäre als dann wer da noch blocken also sehr richtig aber ja das auch schon so gut genug nur mit ihr mal dass das verhältnis setzen könnte das ist echt ein guter skill ist ok innate skills das hat sie da ja wieder 100 chance to hit dodging arancas also die werden immer gehittet auch wenn ihr den skill zum ausweichen haben und ähnlich wie der ichigo kann sie alle fünf sekunden auf dem ganzen feld paralysis entflicken also mit einer wahrscheinlichkeit von 12 prozent für nur zwei sekunden aber trotzdem cooler skill zumal er gebufft ist durch dieses increased status element chance ganz technik gut arancas auch jeder nächste charles christmas toshirund er ist für mich tatsächlich sehr interessant ihn hätte ich gerne wirklich natürlich nicht lieber als die beiden charakter ist klar aber er ist nämlich ein ich weiß mal die es geht ja möglichst überspringen weil es ist ein gutes ist ein gutes kid kann ich einfach sagen sind gute skills die hat aber interessant an ihm ist dass ihr technik links laut portion plus fünf fürs farmen ist er absolut wichtig wer links dort braucht er braucht auch links dort character wenn man zumindest effizient fahren möchte und ich persönlich habe zum beispiel noch keinen power links dort character hat sich einfach nicht ergeben von anderen von allen anderen attributen habe ich ein oder sogar mehrere aber hier noch kein daher hätte ich ihn wirklich gerne und kann ihn auch euch nur empfehlen falls euch noch einer fehlt wenn ich dann ja ist natürlich da ist natürlich nicht so wichtig stehen zu haben aber ist wirklich eine sehr coole unit kann ich empfehlen und bei nadeskills möchte ich mal noch kurz schauen wieder dieses gilt das aller fünf sekunden freeze entfliegt werden kann damit schon frozen enemies sehr cool ja doch also ist eine wirklich gute unit die haut auch gut rein glaube ich lohnt sich wirklich Jetzt eine unit die mag ich wirklich sehr gerne chat human affiliation hart attribut und sorry per killer der beste killer im game aktuell oder was er sagt ja das wird auch also sehr schwierig zu stoppen sein aber gut er hat erstmal börse von 40 prozent user von 50 also normal text hauen gut rein ist natürlich auch ein charakter für also ist net character enhancer zehn prozent das ist sehr interessant denn das heißt dass eine zweite strong attack also die buster der gegen die gegner ist zu machen ich glaube ein drittel mehr damage nicht die gegner die teammates sorry die maids natürlich die machen ein drittel mehr damage und durch enhancer wird diese dauer die das eben dauert um zehn prozent zehn prozent zehn sekunden erhöht was wirklich ein sehr cooler skill ist also über ihnen auch nicht ärgern der ist echt eine super coole unit und vor allem für gilt question ihr beim normal attack die bei melle riep im bei gilt koste probleme ab dann ist ja nur zu empfehlen den hier noch plus 30 prozent melde der menschen gilt köst leider kein erhöhter killereffekt schade das wäre cool gewesen aber jetzt wirklich eine super unit ja auch immun gegen gegen weekening was halt ausgelöst wird beim bei der quest ja also ist eine super super coole unit kann ich empfehlen wirklich und kann sich darüber freuen wenn man zieht ich habe sie halt schon deswegen ich brauche jetzt nicht mal also aus der pfeife oder pfeife würde ich jetzt nicht nein sagen aber genau muss auch nicht sein wie ruka auch ein charakter den ich sehr gerne mag ausgezeichnet durch diesen skill ist wie troppet drop plus 30 prozent ist übrigens wieder net character mit dem künziger ich nicht so ein guter killer muss man fairerweise sagen noch nicht vielleicht wird es durch fausende blatt war besser also wenn der pfb erst bisschen was auch ändert ich gehe stark davon aus genau also das ist auf jeden fall sehr krass dass sie diesen droppet skill hat weil es einfach nicht so viele character gibt mit 30 prozent droppet drop plus daher hat sie auch eine hohe value auch nicht unterschätzen zum farm absolut guter char habe ich auch mag ich auch also macht richtig bock sie zu spielen hat auch eine coole zweite strong ist so eine art vortex der so magnetisch funktioniert dass da alle gegner eingesogen werden und die so eine art bahn entlang geschoben werden wodurch die gegner alle beisammen sind und ruka aufbrechen kann mit ihren normaler text heutzutage auch auch wichtig damit sie nicht zurückschreckt flurry natürlich ja also in ordnung skills hat kann man nichts sagen bis gut und der letzte charakter ist kugou ging schon ein human spieter mut character wieder mit dem künstler aber auch hier das gilt hätte ich werde nicht groß eingehen ist ein farming character mit power droppet drop plus 30 prozent und ja das macht ihn in meinen augen legitim in den bahn zu sein ist ein guter charakter habe ich halt leider schon aber doch ist wirklich total nice character empfehle ich euch also wenn ihr den kriegt auch nicht eher ganz klar es gibt bessere aber ihn einmal zu haben ist wirklich nichts schlimmes weil wie gesagt droppet character kann man nicht also doch kann man genug haben von dem attribut ein aber der versteht was ich meine der lohnt sich auf jeden fall den haben außer ihr habt halt schon wie heißt der nirgill glaube ich den also elephant denke weiß ich meine der hat auch droppet drop und noch christling das sollte jetzt noch mal viel besser aber genau das wäre es soweit zu den character im banner ich würde sagen der lohnt sich auf jeden fall allemal klar es sind nicht alle chance alle chance jetzt got like aber vier von zwölf chance ein absolut got like und das ist krass würde ich sagen das ein drittel das nimmt man noch mit deswegen hoffe ich ihr habt morgen super super viel glück ich werde mein summering morgen auf posten vermutlich mit einem kumpel dass wir da ähm dass wir da dann mehrere sammelings auch haben also ich werde sammeln er wird sammeln ich habe sammeln hin und das ganze werde ich auch machen mit zwei accounts genau demnach ganz 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 viel glück morgen euch und wir sehen uns dann vermutlich wieder ich denke ich jetzt morgen hochladen doch ich kann auch sagen ich habe noch zwei sammelnings tatsächlich eigentlich im petto nehme ich einmal die christmas witches also bern the witch banner den habe ich auch noch nicht hochgeladen und also offensichtlich und noch ein ich habe vergessen ich habe ich ja war das denn weiß gar nicht mal schauen ob die noch kommen weil ich bin irgendwie ein bisschen zu faul die auf mein computer zu ziehen und so weiter und dann ja aber wir gucken mal vielleicht kommen die bald deswegen seid hyped für morgen leute und holt euch die neuen anniversary charts also dann stay tuned bis bald die 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 die